Alter, du musst jetzt sterben, 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 sterben. Was anderes gibt's ja nicht für dich. Ahahaha. Hallo, Herr Wachtmeister. Alter, was für ein Rückstoß. So, weg mit dir. So, und jetzt machen wir mal spannungsvoll. Skelett? Wo? War hier ein Skelett? Wo ist ein Skelett? Ich höre irgendwas. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Haben wir Kohle? Ne, nur noch wenige. Kohlestücke. Ach, Holzkohle war das? 30 noch, naja, egal. So. Was gehört? Schon drei Skelette sind uns über den Weg gelaufen. Da war was? Nein, da war nichts. Erstmal hier lang. Irgendwas über uns zum Glutlicht. Ich höre Lava. Auf Ebene 47. Vielleicht nur ein Lava-Strom. Hier geht's noch weiter. Hier verbirgt sich kein Monster. Nein. Das war eine Sackgasse. Also werden wir uns hier runter begeben. Ich höre, die Lava wird lauter. Die Lava wird immer lauter. Werwolf. Und das war jetzt die letzte Stunde des Werwolfs. dieses Werwolfs. Und hier unten ist nichts. Und wir brauchen Sticks. So, dann machen wir erstmal die restlichen Sticks. Saven. Saven. Einfach nur aus Sicherheit, falls mir wieder ein Fehler passiert. Vor allem wenn es so viele Modifikationen passieren. Fehle, fehle, fehler. Ne, viele Fehler. So, Kohle abgegriffen. Mit dem Schwert voraus. Stürmen wir aus diesem Höhlenabschnitt. Das Lied ist sehr schaurig gerade. Und wir müssen essen. Skelett, das bist du. Ihr seid verdammt gute Schützen. Wisst ihr das? Ich sehe irgendwo ein Skelett-Spaar. Kuh. Ich dachte schon, was bist du. Kuh, das bist du. Lol. Alter. Der hat mich aber gerade erschreckt, ey. Ein Wasserstrom. Joa, das ist hell genug. Und wo geht's hier runter? Es ist da hinten. Eine Fackel. Von uns gesetzt. Alter. Oh. Hab ich mich erschreckt jetzt. Das gedröhnte Musik. Hör auf zu brüllen. Wie viel Müll ich jetzt eher schon mit hab. Hier geht's durch. Ich kann ja auch durchschwimmen, glaub ich. Ja, genau. Ich höre ein Ogre. Und hier ist es hell. Hier ist ein Ausgang. Ach. Ach ja. Ja, 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 ja. Bloß weg. Bloß weg. Bloß weg. Bloß weg. Bloß weg. Das waren zwei Creeper, zwei Skelette. Keine Ahnung. Nicht gesehen jetzt. Aber die werden uns eh nicht folgen, glaub ich. Hoffe ich. Ich mach hier eh wieder zu. Warte mal. Ich höre hier irgendwas. Öl. Öl. Iso. Goede. Ich frag mich nur, was das ist. Was ist da hinten? Ein Skelett. Ist gut, Kuh. Tja. Damit hätte sie nicht gerechnet. Jo. Das war's mit dir, Ratte. Ich höre wieder Skelette. Ah. Ein Werwolf. Wieder. Zap, zap. Sticks können sie ruhig häufiger dropen. Stopp. Alter. Uah. Wo ist der Creeper? Auch ein Lavastrom ist hier. Da unten ist der Creeper. Ich weiß es. Nein. Äh. Mist. Darunter kann ich jetzt nicht gehen. Denn der Werwolf hat sich transformiert. So. Deshalb Rückzug und in die andere Richtung. Mehr Fackeln. Nochmal abspeichern. So. Hier. Licht. Da. Licht. Ob es hier jemals... Creeper. You don't say. Äh. Äh. Oh. Ist die irgendwie stärker geworden? meinetwegen. Boah. Alter. Noch ein Creeper. Muss das sein? So. Alter. Alter. Er sieht mich noch. Oh. Alter. Alter. Nein. 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 Ohohoho. Alter. Nein. Das darf nicht sein. Nichts, dass von hinten noch... Sind ja auch verdammt stark hier. Da sieht man noch die... Oh, nur noch so ein paar Schläge. So, noch 20 Schläge. Da kriegen wir vielleicht hoffentlich gutes Zeug. Äh, ja, ich möchte aber auch gerne wieder zurückswitchen. So, jetzt hab ich ihn. Jetzt verlierst du deine letzten Leben, Werwolf. Stirb, stirb. Geh sterben, ey. Jetzt sind noch zurückgeschlagen. Das war's mit dir. So, jetzt mach ich mal hier hell. Alter. Hehehe. Alter. Ja, genau. Stirb, stirb, stirb. Alter. Spawner. Creeper Spawner. Alter, 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 alter. Ein Creeper Spawner, alter. So. Erst mal gucken. Erst mal gucken, was wir alles dabei haben. Sand. Das können wir alles in der Kiste lassen. Und Smaragdor haben wir jetzt ja auch wieder wenig. Ach ja. Goldene Äpfel. Das brauchen wir. Das nicht. Das eigentlich auch nicht. Eigentlich nur Müll. Aber goldene Äpfel sind gut. War mal besseres Zeug drin. Was lassen wir da alles hier? Sand. Dann hier den Kack. So, jetzt lassen wir noch hier diese eine rohe Ratte. Die braucht auch kein Mensch. Spirne weg. So, wir haben ein bisschen was rausgenommen und noch mehr reingetan. Und das war's auch schon. Also, ziemlich Mist. Ich höre einen Zombie. Wo ist der Zombie? Ich höre ihn. Hm. Oh. Der war's kaputt gegangen. Nee. Also, hier geht's nicht weiter. Einen Wegpunkt müssen wir noch setzen. Waypoint. Äh. Creeper Spawner. Okay. Das ist schon. Ja, der ist ja. Creeper Dungeon. Das hier ist ja nur ein Spawner. Und ich nehme das Smaragdor nicht mit. Warum eigentlich nicht? Ich komme hier eh lange Zeit nicht mit. Nicht mehr hin. Das war nur einer, glaube ich. Das waren zwei. Das waren auch zwei. Das waren zwei. Das ist einer. Okay, dann, äh. Dann klappt das ja mit Ostrop Mors. Ich glaube, wir werden ein Stack hier rausbekommen. Alter, das ist so heftig. So, das nehmen wir auch mit. Natürlich die Kiste. Ach, da ist... Ach, nein. Da ist ja der Stuff drin. Ja, ich habe auch sehr viel überlegt jetzt. Aber die Kiste können wir irgendwo hinstellen, wo wir es nicht... Die Kiste ist natürlich nicht dabei. Ist ja so wunderbar. Sand, Ratte, Birne, Truhe. Weg. Kiste. So. All der Shit kommt hier rein. Das hier, das hier, das hier. Goldbarren können wir mitnehmen, jo. Wir machen aus den anderen direkt Fackeln auch. Das hier, das hier, das hier. Und den Scheiß können wir auch noch da einladen. So, und aus den letzten fünf. Und aus denen hier. Zack, zack. Speichern. Ich habe übrigens jetzt statt too many Items wieder not enough Items drin. Das ist etwas praktischer. Und es hat aber, ähm, war total verbuggt in der letzten Version. Aber zuletzt habe ich es auch an der 1.3.2 getestet. Seitdem habe ich Abstand gehalten. Ist aber sehr praktisch. Oh Gott, die Erfahrung, die will uns aber eigentlich auch umbringen, glaube ich. Alter. Jo, eins der Kammer schon voll. Das ist ja, äh, ich glaube es mag. Heute werden wir wenig haben. Ach, wir nehmen hier das ganze Ding auseinander. Und es ist Nacht. Eisen würde ich aber auch gerne mal wieder finden. Obwohl wir auch genug haben im Moment. Jo. Jo. Wunderbar einfach. Und. Über was für Eier genau. Der Tayyip, der hat sich halt gewünscht. Ein Abonnent von mir, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm. Dass ich mal über Themen rede. Und mir würde da eins einfallen. Spontan natürlich. Ich schreibe mir sowas eigentlich auf den Zettel. Das kommt spontan beim Spielen. Das ist auch gut so, finde ich. Ähm. Denn wie ich das neue Minecraft Update. Das lag mir aber auch auf dem Herzen. Das mal durchzunehmen. That's what she said. Ähm. Ah ne, so ist gut. Ah ne, so ist gut. Das ist gut. Das ist gut.